Musik Wir hatten einen Garten früher zu Hause und meine Eltern haben auch, soweit ich mich erinnern kann, meistens frische Sachen angebaut. Das heißt, mein Bezug dazu ist ein sehr direkter und für mich ist es nichts Besonderes zu sehen, dass eine Tomate oder eine Karotte, wie die wachsen oder woher die kommen. Musik Für viele, die ich getroffen habe, war halt Urban Farming so fast schon eine Erlösung und was ganz, ganz Tolles. Und ich glaube, dass die Amerikaner oftmals, wenn so neue Trends aufkommen, sind sie sehr schnell dabei. Und deswegen war es auch bei Urban Farming so, dass das eben auch so extrem gefeiert wurde und alle das total toll fanden, immer noch toll finden. Aber die eigentliche Menge an Lebensmitteln, die produziert wird, überhaupt nicht ausreicht, um, sagen wir mal, ein Stadtviertel zu ernähren. Sondern es geht vielmehr darum, den Menschen, die in der Stadt aufgewachsen sind, gerade jungen Menschen, denen quasi ein Wissen zu vermitteln. So das Wissen darüber, wo kommt die frische Nahrung her, wo kommt das Gemüse her. Musik Ich glaube, eines der wichtigsten Bilder für mich in der Geschichte ist das Bild von Ned Turner. Der auf seinem Dach in New Orleans sitzt. Der war früher Lehrer in New York und ist nach New Orleans gezogen, um dort eine Farm zu gründen, um nach dem Hurricane Katrina das Viertel, das Lower Ninth Ward, wieder mit aufzubauen. Was mir wichtig war innerhalb der Geschichte, ist immer wieder kleine persönliche Geschichten von Leuten zu erzählen. Das heißt, durch diese verschiedenen Beispiele, durch diese verschiedenen Personen soll eben das ganze Bild von Urban Farming dargestellt werden in dieser Ausstellung. Musik Ich glaube, dass die VGH durch den VGH Fotopreis, den sie jedes Jahr ausschreibt, hier in Hannover nochmal unterstreicht, wie wichtig die Fotografie in der Stadt auch ist. Und ich glaube, dass das einfach dem Stadtbild und dem kulturellen Stadtbild in Hannover unglaublich gut tut. Das, was in den USA eben das Urban Farming ist, ist halt hier in Deutschland eben so die Kleingartenkultur. Und ich glaube, dass das natürlich irgendwie auch ein schöner Ort ist, um sich so das Stück Natur zu holen, was man irgendwie eben braucht im Alltag. Man ist zwar eigentlich immer noch in der Stadt, aber trotzdem hat das Gefühl, total frei und draußen zu sein und weg von Beton und Straße. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020